It's free real estate It's free real estate Ich hab kein Problem damit wenn die Teams nochmal so sind Ja, sehen wir dann gleich Ah, gegen nix rum, mit 2-1-1 Oh, bitte, bitte, nein, bitte nicht, bitte nicht Nein Easy win Oh, nein, der Luz Ich hab ihn schon wieder voll in den Augen sehen Dominik, was macht Sorry, ich hatte noch meine Ahnung Ey, er ist unterm Er Du musst spielen, Junge Du musst spielen Dankeschön Ich bin dir auch nicht freigelaufen Ich wollte grad sagen, also Reto, 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 bitte hilf mir Ich dachte schon, du hättest dich getötet Der schießt einfach so die ganze Zeit runter und Reto so Ich lass mal vorbei Schüsse Nein Maybe, äh, Bootshaus? Nein Äh, liegt hinterm Auto Auto Rechts Rechts Links Du hast doch Flashes, Reto Du hast doch Flashes Du hast doch Flashes Ja, dann geht's zurück, wenn die Tassen zwar Kuh 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 Was macht die Kuh? Kuh 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 Warte mal, was? War das Enemy? Ja, es war Enemy Das ist jetzt natürlich belastend Ey Hinter der Bauer Äh, Gewächshaus alle drei, glaub ich Boah Glück der präzise Augengeschütze Ich glaub heute wirklich alle drei waren Gewächshaus Lass dich nicht ein, ich spiel den hier Habe ich Senra angehört? Ja Jetzt bleibt Reto Ach's! Nein! Hast du ihn grad zugeschaut? Ja Reto, ich hab' ne Zero Two Figur Geil, ich bekomm' eine auch Ah ok Ja Auf Pre-order ist Du bist doch blöd, echt Doch Reto, jetzt musst du mal Artifusion gehen, ne? Weißt du Bescheid Wahrscheinlich ist nicht da irgendwo ein C4 oder eine Gamer? Ne Ich hab' ne Sen Ich hab' ne Sen Ist nicht Kevin? Nicht Kevin Gamer Weiß auch nicht der Claymore ist auch nur noch Gamer Glück, das bedeutet Reto hat ne Chance Vielleicht Vielleicht Ich weiß nicht, vielleicht Alter, Reto Reto Oh War das der Default Sound oder war das nicht der Default? Ja, das war der Default Das erste, was man macht erst mal direkt auf Spot sich um Oh 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 In der Nähe Okay Warte ne ne Nächster Gedank'n da Okay ist in der Nähe Du stellst dich irgendwo hin, wo du die Bombe sehen kannst Erst mal so Erst mal so gucken, ist die Bombe überhaupt noch da? Nein, ich muss gucken, weil mir ist das so oft passiert Wenn du auf den Spot rennst und über die Bombe läufst, oder was? Hey, hör mal auf, hier. Hör mal auf, hier. Nein, hinten. Du weißt aus. Oh, nur. Ach so. Bann. Bann. Okay. Bann. Bann, nochmal. Lück, ich will weggehen. Naja. Okay. Oh, ich setze jetzt alle B, ne? Nein! Boah, die Projekte. Nein! Mann, Lück, kannst du nicht einmal so tun, als ob du scheiße wärst? Nein. Ich spiel den Ball. Switching Sides. Let's go. Nein. Search and Destroy. Switching Sides. Destroy the objective. Oh, my God, the wall. Pff. Hi. Hallo, Trematox. Ich dachte, das wäre wieder Xenron gewesen, aber das ist ja bei uns im Team. Ah! Moin. Ihr männlicher Schreie. Was macht denn das jetzt? Hey, er ist dann neben mir vorbeigelaufen und ich dachte, das wäre Sneaks und dann war es doch Xenron gewesen. Ah, war wohl doch nicht. Ist ja nicht so als vielleicht dein Team. Ja, ich dachte, das wärst du, deswegen. Ja, er ist, äh, oben da bei Dings. Ich muss echt ne Modern Warfischerei-Compilation machen. Wie hoch wäre die Chance, wenn ich das mache, dass das auf Udikos-Trofe landet? Keine Ahnung. Kannst du mal machen oder einsetzen? Mach ich. Ah, ist der nicht bei. Nein, schalte im Verbruch. Stimmen! Nein! Das ist schon der... Ich finde, dass der schon so weit rechts war, fuck. Hättest du das gesehen gerade. Ai, 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 ai. Ich habe rausgeholt die Straße direkt. nur das auto hat keine sicherheit was war jetzt der grund dafür ich bin kein fan von so einer richtung b einer richtung b die windschutzscheibe daran lag er die trigger einer mitte wie ist es einer im gewächshaus und einer auf dem weg dort was macht max denn ron ich kann es ja vielleicht nicht mehr zugucken aber dreht es sich zu schnell besser nicht wie man mit 90 fps wenn man sie so schnell dreht noch irgendetwas erkennen kann ich habe echt keine ahnung reicht doch jetzt zu langsam just er ist links er soll zeit er geht wieder rein vor der tür ich dachte schon du hättest den smoke ich dachte so was geht jetzt du guckst youtube nebenbei hallo nein ich bin nur ein wunderschön ich bin nur ein wunderschön ich bin nur ein wunderschön ja ich moin nice gar nicht mitbekommen dass du hier darfst nice okay nichts mehr gesehen ist einfach weg kann man auch nicht schau doch die schaut einfach gebäcks aus sich nein lohn lohn what the fuck ich sehe einfach dass ein millimeter den arm bewegt switching sides ich dachte kurz so das gras bewegt sich nein das gras ist aber stiller als wasser achso stilles wasser stilles wasser dann ist es echt stilles wasser wir wissen alle wasser ist effektiv gegen stein wir wissen alle wasser ist effektiv gegen stein gegen stein ja pokémon sagt ich habe nichts gesehen mir geht es nicht gut er ist hintermauer mal wieder ich habe nichts gesehen mir geht es nicht gut er ist hintermauer mal wieder ja keine ahnung ja bis zur badewanne bist einfach ausgerutscht rato rato bist du martin ja ja rato spamm mal links klick links klick spamm hä what no nicht das rest mal wo ich oh kalt soll der da mal da sein oder nicht nach links nach rechts ich habe sogar bei dem flash zu weit geworfen weil du einfach stehen geblieben bist ich kann in Nordenburg ich bin stuck in Nordenburg ich kann das spiel nicht raus tippen ich auch nicht ich auch nicht ich auch nicht ich auch mal ich weiße nicht aber dann macht ja nichts jo alter was ist denn oh neee da waren noch zwei andere nice rum nice geil da waren noch andere vor der Mauer da waren noch andere vor der Mauer so schnell da siehst du ich habe noch andere gesehen jetzt maaaann ich bin zwar gegen uns alter spiel doch nicht mit dem anderen da geht uns zu verleten macht kurz so im Basketball nehmen sie ein bisschen Dribbeln kurz so werfen hier auf den Kopf und wir beide weg hä? rato warum flaschen? warum flaschen? keine Ahnung erstmal Gegner flaschen ist dein Gegner? ich flaschen ich flasche auch gerne aber nur wenn ich dann auch was treffe also nie schütte ich flasche ich bin der Sniper das sind zwei Leute B einer unterm gerät oh komm alter nice oooo ah double kill der Sniper da ist es auch noch B wie kann man so das das System auch dribbeln oh ich habe keine Sprengpladen tschüss Donny schau mal wie safe ich war schau mal wie safe ich war siehst du wie groß das die Bombe ist die gerade auf deinem Kopf gelandet ist da waren Geländer die ganzen 1mm Geländer über mir das hätte nicht treffen sollen wenn wir ein Terraria wären genau aber nur weil dieses Spiel leicht realistischer ist der 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 standard hallo ok und jesus christ Gewächshaus ey wie oft soll ich hinter mir gucken ich weine ich nehme sogar in dieses blöde verschissene Haut weil ich immer geneift werde von ich sehe nix ich sehe gar nicht meine nade war zu kurz ich habe ich hab dich schon unten her schon gesehen was war denn das jetzt für ne what the fuck hab ich dich zweimal getroffen ist nicht nur einer gewächshaus was zum teufel ist das wie stirbst du nicht du dreckiger pasta richtig rambazamba ich glaube ich habe ein bett es ist schon wieder er ist schon da Ich hab's nicht geschafft, dich zu nice. Wieso bist du schon so drin? Das ergibt keinen Sinn. Ah, der war schon da. Ich bin da hingegangen, der war schon da. Ja, aber er war... Du hast ihn getötet. Er war gewechselt. Ich war im Haus gut gewechselt, aber irgendwie ist er schon wieder. Oh, das waren Schüsse. Ich hab ihn nicht geneigt. Ich schwörste, er ist flash. Sonic, my friend. Switching sides. Schwörste, er ist flash. Rap, 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 rap. Rap, rap, rap. Warum Rap? Er reportet, aber. Spirgel, da, da, da. Jetzt angesagt. Mach es jetzt. Das mag ich nicht. Außer Kevin. Ach, da war wirklich jemand. Du hast extra... Irgendwas hast du extra... Also, hättest du... Warte, ich save den Clip sogar. Ich hab keine Videos, sorry. Du hast mich... Ich hab keine Videos gesagt. Ich sehe nichts. Dann denke ich mir so, ah, okay, das kann... Irgendwo noch ganz hinten. Keine Ahnung. Du hast mir den auf den Kopf gehauen. Sorry, sorry. Glück, das war gerade so clean, dass ich in meinem alten Sackhader gespielt hab. Okay. Digga, warte. Ich bin überschissen nach Wohlen, sondern ich hasse dich so. Der Gelder fehlt schon zu sieben beim Gewächsausritt und siehst du beim Sofa. Ja, Wasser. Neifen passt voll zu dir, Xenron. Wie macht er nie ein Spieler. Ich bin Wasser, also. Okay. Mal Xenron. Xenron kommt hoch, sieht absolut gar niemanden. Erste Reaktion, erstmal eine Flash. Haben wir das nicht letztes Mal schon, Xenron? probieren kann man es gucken schießen dann flash 1,3 sekunden das hat er noch nicht geschmissen aber der sniper tötet nicht one shot das war echt lucky dass ich den hatchery gemacht war es schon zwischen den autos muss halt oberkörper hätten nein ja ist feiner intervention nicht leicht wenn man keine größte stärken im schluss hat man zehn ron du bist doch flash was aktiviert ja ok eigentlich nicht weil ich nämlich eine pistol habe was für eigentlich nicht richtig gepisst oder auch ich stehe hinter dir dann neife ich nur daneben ich stand an dir dran ich stand an dir dran das hatte ich auch schon ein paar mal einer ist oben bei der steinmauer einer bin hoch ich hab keinen bock mehr auf zehn ron nein das ist der klette hat mich geklettet er ist rechts von mir alter wie weit hinten willst du noch stehen mann guck dir das an wo er steht ich hab auf Xenron gewacht er ist doch schon lange gestorben ich hab es nicht gesehen ich hab gleich ich hab keinen bock mehr auf ihn Wie hier der Hi-Fimer zu fighten geht! Jaa... Jol, Alter, was ist denn da? Harte, Harte! Wasch und Spot! Was macht... What the fuck? Xenron? Mir wird schlecht! Let's do me defuse. Alter! Ich dachte, das wird noch irgendwo einer leben. Hasse diese Map! Ich hasse dich! What the fuck? Ey, who are you doing that to? Jetzt bin ich vorbereitet. Jetzt lache! Ich komm nicht ins Haus rein! Entschuldigung! F*** dich! Ja, hab ich nicht mehr schnell genug weggekommen. Ich hab's noch gesehen. Ich glaub, du hast ihn gerade gesehen, Reto? Wenn du einen Schritt nach links gehst, glaub ich? Okay, Barsch. Ja, genau. Da hast du ihn gesehen. Das gibt's doch nicht! Alter, manchmal rennst du einen halben Kilometer, um die zu Messern, und dann wenn sie vor dir stehen und dich nicht angucken, dann verschießen du 30 Schuss. Du hast hier gerade neifeln, aber ich dachte, der dreht sich jetzt gerade um. Jesus Christ, Alter! Gehen's mit nach links! Ich glaub, da hast du ihn gesehen! Boah, geiler Schrank, du! Hast du den gesehen gehabt, Kevin? Ich will das erste Mal reinschauen, welches da drin ist. Vielleicht ein Pop oder nicht. Ja. Also ein Gewächshaus rechts drunter gerannt ist. Muss los, Bruder! Ja. Kann ja nicht immer alles funktionieren. Einer ist way outside. Drin. Ja. Einer war. Hier bin ich hochgeflogen. Kurz Jesus, ohne Space zu drücken. Kurz Jesus. Nein, ich bin oben. Es ist ein Löök. Das ist korrekt. Na, wo bist du? Weg. Gehe doch nach oben, Mann! Hey. Entweder da oder da. Gegen zwei. Mein Charakter ist so fett. Ich kenne nicht zu gut. Sitzt du an der Treppe, ne? Nein. Nick? Nein. Wo bist du, ein freckiger Bastard? Ich renne einen Kreis. Ja, 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 ja. Was? Ja, hinten. Hinten ab bei den Treppen. Links, links, links bei den Treppen. Ah, schade. Ah, schade. Bamkill! Jawoll! Sidespieler. Jawoll! Jawoll. Ey, Dominik, den Spot da, den solltest du doch eigentlich kennen. Ja. Da hab ich dich doch schon einmal genutzt da. Oh Mann. Egal. Mit dem, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.